Ich habe über zwei Jahrzehnte Tiere gebraten. Das ist einfach nur eine Lächerlichkeit und ich kann allen, die mir folgen, versichern. Artila Hildmann stand 20 Jahre für Lächerlichkeit und Unverschämtheit und seit der Corona-Pandemie engagiere ich mich für Massentierhaltung. Denn man hat nicht ein Herz für Tierschutz und Tierrechte. Man hat ein Herz oder man hat keins. Und ich habe keins. Ich möchte sie einsperren. An ihnen rumexperimentieren, entrechten, zusammenfärchen, chippen, impfen und abschlachten und sie als Nazi betiteln, obwohl das so extrem weit hergeholt ist. Ich habe den Tieren eine Nazikeule übergebraten. Ich kann wirklich an jeden nur appellieren. Wir stehen hier gemeinsam als gesamte Menschheit gegen einen satanischen Feind. Es ist kein Kampf rechts gegen links. Es ist ein Kampf Osmanen gegen Tiere. Für Deutschland soweit sind wir gekommen. Und egal welche Hautfarbe, Kultur oder Religion ihr angehört, steht gemeinsam ein für Tierversuche. Und lasst euch nicht beraten.